Ok, 2 Cases, 2 Cases Komm schon, was gut ist, was gut ist Oh mein Gott, ja, 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 Mann Was? Was? 3,15 Euro? Oh mein Gott Oh mein Gott, wieso ist die nur 3,15 Euro? Guckt euch die an Wie nice sieht die denn aus Ist zwar fehltestet Ist zwar jetzt ein bisschen abgenutzt Aber Leute, guckt euch die an Die ist doch nicht nur 3,15 Euro wert Oh, scheiße Oh, vielleicht weil es nur McTennis ist Und weil die einfach scheiße ist Aber naja Ziehen wir weiter Was ist das für ne Kacke, Alter So ne Hurensohn, Scheiße StatTrak trotzdem so wenig wert, Alter Mann, ne Hurensohn Waffen gibt es da Oh, die Djin Oh Mann Wenn ich die Negev bekomme, ne Nö Was ist das für ne Kacke So ne Scheiße In StatTrak 45 Cent, Alter Ne Kacke, Negev So ne Kacke, Alter CZ, nein, 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 okay Die P250 benutzt man Wenigstens Man bekommt hier nichts, was wert ist Nicht irgendwie hier die Galil Echo Oder keine Ahnung Die hier Knife oder so Kriegt man nie Man kriegt da nur Scheiße Und wenn man was Gutes bekommt Okay Oh, die sieht ganz nice aus Das ist glaube ich nicht so viel wert In StatTrak 1 Euro Was ist das denn für ne Scheiße Das ist gar nicht nur Kacke, Alter Mann Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh scheiße Oh scheiße Guckt es euch an Dieses blaue Knife Oh mein Gott M9 Bayonet Doppler Oh mein Gott Guckt euch das an Wie viel das wert ist Scheiße Oh mein Gott Das ist ja gerade Ich hab nur ein paar Kis gezogen Übertreib Wenn ich das im echten Spiel ziehen will Oh mein Gott Ich würde so ausrüsten Ich würde das Ach du Scheiße Scheiße Das ist ja heftig Was Ich hab Minus Okay Das sehen wir vielleicht ein Fehler oder so Keiner Okay Oh mein Gott Guckt Ich hab ein Oh scheiße Auftrainen Ich hab kurz Uptrainen Ja Das und das Nein Äh Ja Hm Future it up Ich bin hier noch umtrainen Noch ein Waffel Noch eine Kann man die Nein kann man nicht That track Ach keine Ahnung Okay Läuft bei mir Erstmal hier Oh scheiße Wieso öffne ich hier die ganze Zeit so eine Scheiße Okay Oh scheiße Alter Hier 1,2,3,4 Acht Ja Mann Was ist das denn Hier 4 8 12 Hier Die ist ganz einfach Äh 12 Äh 16 18 Im 18. Case Hatte ich so eine Geile Waffe So eine Geile Knife Walter Oh Mein Gott Ich kann es einfach nicht glauben Nehme ich überhaupt auf Okay ich nehme auf Oh scheiße Im Chroma 2 Noch mal sowas bekommen Okay Well worn Factory new Ne Das wäre noch heftiger Aber Naja passiert Ähm Naja das war es dann Äh Und Tschüssi Tja 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 Vielen Dank.